Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Weho-Woche. Etwas verspätet heute zum Sonntag, aber immerhin noch so im Tagesverlauf. Mit mir, Bolias, hallo hin. Ja, moin, sind zusammen. Moin, wie geht's dir? Oh, recht gut, ne? Geil. Ich musste das Wochenende erstmal auf mich wirken lassen. Ja. Geil. Noch entspannt bin ich. So will man das hören, Freunde. Denn eins unserer Themen ist heute krank werden. Wir müssen natürlich, es wird kalt, es ist nasskalt, es ist räudig, es sind Weihnachtsmärkte. So alles ist jetzt am schniefen. It begins, liebe Leute. Dann Weihnachtsmärkte, habe ich eben schon gesagt, sind natürlich offen. Wir waren beide schon unterwegs. Wir wollen ein bisschen über Berufsquests reden, die mir heute wieder, ich sag mal, ein goldener Dorn im Sack waren. Dann hast du eine sehr schöne Russen-Story und das verbinden wir direkt mit M Plus diese Woche. Ah, schön, oder? Davon abgesehen, wolltest du dann noch drüber reden, warum du mir Labellino-Lippen-Balsam-Vanilla-Cake-Pop verkauft hast. Und warum das eine deiner Lieblingsrichtungen ist davon. Aber da gucken wir, wie immer wir Zeit haben, das noch rein zu quälen. Ja, krank sein. Ich werde leider krank. Das ist nicht schön. Das ist ja räudig, ey. Ja, oder? So, das war Thema. War eine kurze WIU-Woche. So Haken-Hitter. Ja, fertig. Hast du so was? Hast du so To-Do-Listen richtig? Für die WIU-Woche? Nee. Nee, so allgemein, Mann. Warum sollst du noch eine Haken für die Woche? Auf der Arbeit, ja, manchmal. Wenn ich mehrere Aufträge halt habe, dann muss ich die vernünftig abarbeiten. Geil. Oder wenn ich eine neue Dokumentation anfange. Ja. Wie ich halt vorgehe und so eine Scheiße. Okay. Das mache ich mir schon. Aber zu Hause nicht. Zu Hause bin ich ja chaot schlechthin. Sehr gut. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie so Sachen abgehakt. Also ich mache mir sofort auf, wenn ich einen Termin habe, immer einen Zettel so Friseur, Finanz, sonst was. Aber so richtig mit Häkchen so am Tag? Gar nicht. Ja, so tagsüber, nein. Oder Einkaufsliste zum Beispiel. Ah, ja, gut. Das mache ich auf jeden Fall. Ja. Weil ich einmal in der Woche halt einkaufe. Und ich bin ja eh derjenige, der immer aufs Geld guckt und so. Und dann lieber mit Einkaufsliste und nicht so spontan. Ach, das nehme ich auch noch mit. Das nehme ich noch mit. Gehst du dann mit Stift einkaufen und machst Häkchen? Ich streiche das durch, was ich habe. Ey, King. Richtig nice. Ich sehe sowas zu selten so. Ich war jetzt auch einkaufen nochmal. Und zwar, wann war es? Donnerstag? Und zwar 14 Uhr. Also Donnerstag, 14 Uhr, wo du eigentlich denkst, hm, passiert bestimmt nichts. Alter, die Rentner. Ja, sie haben mich totgelatscht. Es waren Omas mit zwei vollen Einkaufswegen unterwegs, die mal kurz für 250 Euro eingekauft haben. Ah, das war ganz großartig. Keiner hatte irgendeinen Zettel in der Hand. So, wo du so denkst, wie schafft es denn diese Oma jetzt? Diese zwei vollen Einkaufswagen, ja. Die Kassiererin schon so, hilft ihm wer beim Tragen? Haha. Und sie so, nee. So, wie hat die das geschafft? Und dann, was ich auch geil fand, so die Oma so zwei voller Einkaufswegen, so irgendwie 250 Euro Attacke, gibt ihm bestimmt so 700 Enkel oder so. Und dann holt sie aber noch an der Kasse nicht Kleingeld raus, sondern so ein Prospekt und blättert darin und fragt, warum hier diese Rabattaktion noch nicht zählt. Richtig gut, wenn du dir so hart gönnst, aber dann noch die Zeit hast, irgendwie ein Prospekt für die 2%-Aktion noch rauszukramen und zu fragen, wann die losgeht. Das war wieder ein Gesamtbild. Ja, da steht es ja so drauf, ne? Ja. Ich kenne das bei uns, bei uns gibt es solche Sticker, wo Prozente drauf sind und die werden dann abgezogen von dem Produkt, wo du es draufgestellt hast. Ah, richtig, ja. Schön. Schön. Ja, ja, schön, schön. Ja, das war wieder so ein Gesamtbild, so reicht mit Einkaufen dann auch wieder die nächsten Jahre auf jeden Fall. Da kam ich so dran, ja, 16,37 Euro. Danke für nichts. Das Schlimme ist ja, bei diesen Stickern, die ich jetzt hatte, ist halt immer räudig, weil die müssen ja nicht nur einmal das Produkt scannen, sondern zweimal das Produkt scannen. Ah, schön. Einmal die Prozente und dann das Produkt. Boah. Ja, weißt du? Und die Leute hinter mir, die sowas halt nicht haben und sowas, sind erstmal schön, ja, bisschen öfter. Alter. Das ist wieder doppelt, es dauert ja doppelt so lange. Ja, wenn ich mir diese Oma gebe, mit den zwei, wirklich voll, die hatte sogar einen Bierkasten unten drin, ne? So, um den Mann zu, weiß ich nicht, zufriedenzustellen, so, ne? Ja. Hattest du wieder 300 Einkaufshüten? Ja, hier, Kasten, Junge. Fresse. Und das, ey, am besten auf jede Flasche einzeln, so, weißt du, dass du jede Flasche einzeln scannen musst. Ne. Wir sollten nicht über Einkaufen reden. Ich weiß nicht, warum es passiert ist. Ich werde krank. Deswegen, da bin ich krank geworden. Das war der Moment, wo ich dachte, komm, es gibt eh nichts mehr zu sehen auf der Welt. Es gibt nur noch Rentner, die einkaufen. Und kannst dich jetzt voll der Bazille hingeben. Ich wollte das Thema eigentlich ein bisschen drehen, weil ich war, ich glaube, in meinem gesamten Leben, was natürlich endlose Jahre misst, endlose Sonnenwenden und Mondzyklen, war ich erst einmal wirklich so krank mit irgendeinem Grippalinfekt, dass ich echt drei, vier Tage echt nur im Bett liegen konnte. Ich konnte gar nicht aufstehen. Weißt du, hattest du schon mal so richtig, bam, also jetzt nicht irgendwie Knochenbruch oder irgendeine OP, sondern richtig so, weiß nicht, virusmäßig Schelle? Die schlimmsten, die ich hatte, waren immer im Einsatz. Oh, lecker. So schön Magen-Darn-Packe und so weiter. Aber ansonsten hier so richtig krank, so mit Fieber, nur als Kind. Als Kind hatte ich mal Fieber, aber ansonsten, so seitdem ich arbeite, nicht. Seitdem ich arbeite, ist die Wunderheilung einfach, Alter. Arbeit, Arbeit. Blinde konnten wieder sehen. Geil. Nee, das hatte ich auch echt nur einmal und da war ich, weiß ich nicht, da hatte ich komplett auch, wie gesagt, vier Tage nur Bettruhe, bin aufgestanden, hatte auch irgendwie keine Muskeln mehr in den Beinen und das ist seitdem auch so geblieben. Und das hatte ich auch nur einmal. Hattest du sonst kein Fieber groß? Nö. Also Fieber nicht. Krass. Komm nie rüber über verschnupft sein und Kopfschmerzen, so. King. Ja, du weißt dich auszuruhen, ne? Ja, ich weiß, was dich halt am Wochenende gegönnt werden muss. So, so ist es. Krass. Und im Aussatz dann, das ist so, keine Ahnung, so Essensklima bedingt? Ja, der ganze Körper ist dann halt, muss ich erst mal dran gewöhnen, dann die Hitze oder die Schwüle. Im Senegal war es halt so. Du hast halt Klima auf Bude, hast geduscht, alles schickimicki, hast dich angezogen, mit deinen Klamotten bist rausgegangen, bist sofort wieder nass, komplett durchgeschwitzt. Da ging so eine tolle Wandläufe und sowas und da muss sich halt der Magen dran gewöhnen, dann das Essen, was ungewohnt ist. Weil, also die Leute haben schon drauf aufgepasst, dass wir deutschen Standard haben von den Köchen, sagen wir es mal so, dass sie jetzt nicht unbedingt das Poolwasser nutzen sollten, um den Kaffee zu machen oder sowas. Ähm, darauf haben die schon geachtet, aber wenn du solche Probleme in einem Land hast, wo du halt kein fließend Wasser mehr bekommst, wir mit Trinkwasser uns waschen mussten, weil es einfach nichts mehr gab, äh, was heißt waschen, also wir haben... Wir hatten ja nichts. Ja, wir hatten ja nichts, so. Ähm, da muss der Magen auch erst mal klarkommen und wenn er halt nicht drauf klarkommt, dann geht es erst mal los. Boah, da würde ich auch nur scheißen den ganzen Tag. Keine Ahnung, könnte ich schon manchmal, wenn ich auf einer Pizza... irgendwie so ein nicht ganz durches Stück Schinken oder so sehe, dann möchte ich schon den ganzen restlichen Tag einfach nur scheißen. Aber, ja, toll, dazu noch warm, kein fließend Wasser. Ja. Geil. Schön beschissen. Ja, Freunde, das zu Krankheiten und Kotbildern. Gibt's eigentlich, es gibt ja so Psychologenbilder, ne? So, diese Tintenklecks. Ja, diese Schmetterlingstüpfel. Ja, ich wüsste gern, was da diagnostiziert wird, wenn man in jedem einfach Kacke sieht. So, was bist du denn dann? Bist du ein Psychopath? Test es doch mal aus. Ah, geh doch mal hin. Ja, warum sind sie hier? Ne, ich würde gern diese Bilder sehen. Ja, okay. Cool. Alles für den Content. Jawohl. Schön. Ne, weil, es gibt ja so diese Standard-Szenen immer, ne? Weiß ich nicht. Was für Psycho-Filme? Irgendeine NCIS-Serie oder CSI oder was auch immer. Und das ist halt immer so dieselbe Kacke. Immer so ein Schmetterling. Ja. Oder immer irgendwie ein Baum. Oder der Nächste sieht da einen Totenkopf drin. So, dann weißt du schon, okay, der sieht einen Totenkopf weg mit ihm. Aber was, wenn einer nur Kacke sieht einfach? Was ist dann? Der kriegt sofort eine Schüssel. Ja. Mom, Schüssel. Ja, aber darum studieren diese Leute, ja, um auf solche Fragen oder solche Situationen vorbereitet zu sein. Genau. Die müssen darauf klarkommen, was die Leute da erzählen. So. Und ein paar Tabletten verschreiben. Ja, eben. Du kriegst halt ein paar Tabletten. So, Kack-Tabletten. Ja. Hier, abfüllmittel. Du kannst zu Hause mal deine Kacke angucken. Einige Bilder auch. Ja, doch, doch, heute zeige ich Ihnen mal ein paar Bilder. Ich habe ja auch ein paar Kipferflecken drauf. Was sehen Sie denn hier? Nee, nee. Gut. Ja, Freunde, das zum Thema krank. Auch ein bisschen Geisteskrankheit dabei, aber gehört halt auch dazu. Weihnachtsmarkt ist, das ist auch geisteskrank. Ich weiß nicht, wie es bei dir war bei mir. Nee, ich könnte eine eigene Wo-Woche damit, glaube ich, füllen, was hier wieder abging. Wir haben ja im Harzkreis, haben wir ganz viele schöne Wälder und märchenhafte Attraktionen und alte Häuser und so. Und das heißt, hier werden wirklich an solchen Adventswochenenden sämtliche Busse voller Rentner ausgekippt, wie ich sonst als Kleinstädter nur von der Gamescom kenne. Und es ist wie immer dieses Phänomen, über das du immer reden kannst, nur ich bin es halt bei mir im Umkreis nicht gewöhnt. So, es sind Menschenmassen unterwegs und auf einmal bleiben diese Menschenmassen stehen. Einmal, wir waren in einer wirklich engen Gasse unterwegs, lol, und es ist ja gerade so, dass eine Richtung nach vorne, eine nach hinten geht, so, dass die anderen nach vorbeigehen. Und auf einmal bleibt vor uns die alte Oma mit ihrem Opa stehen und zeigt rechts in so ein Schaufenster. Da war auch Platz, man hätte auch hingehen können, weißt du? Mit dem Weg bleiben sie. Ja, nein, sie bleiben auf dem Weg stehen, vorne und hinten geht nichts mehr und sie zeigt da drauf, guck mal hier, schön die Jacke und ich denke so, nee, gleich wegdrücken, wegschubsen, gleich an die Wand, gleich ins Schaufenster reinschubsen, da ist es! Gleich Footballhelm auf, junge Barm. Nee, das hatten wir gestern auch, das hatten wir gestern auch. Es hat alles wunderbar geklappt mit dem Vorbeikommen und so eine Scheiße. Rechts sind sie, also die Leute sind vernünftig gegangen, so wie im Straßenverkehr, war perfekt, alles lief und auf einmal bleiben wieder Leute stehen und quatschen und dann habe ich sie auch nur weggedrückt. Ich so, hey, das haben die mich doof angeguckt, meine Freundin schon so, ey, ich will hier nicht, nee, 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 lass mal weiter. Ich so, ja, ich will ja, nee, dann musste ich ganz schnell weg. Ey, folgt mir auf Trüder. So gesehen, nee, weiß ich nicht, das regt mich auf, auch beim Einkaufen ist das so. Wenn du diese Vollidioten mit ihren scheiß Einkaufswagen mitten im Gang stehen bleiben, anstatt sich da rechts oder links hinzustellen und dann das scheiß Produkt aus dem Wagen oder aus dem... Ja. Egal zu nehmen. Nee, 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 das ist doch logisch oder nicht? Ja, nee, für manche anscheinend ist es nicht normal. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist das erste, was ich mache, dass ich mir irgendwann ranstelle oder einen Tisch suche oder irgendwo so auch. Werden ja teilweise, wenn man sich trifft, in der Mitte dieses Weges zwischen Buden, wo überall Leute langwuseln, wird sich ja dann im Kreis noch aufgestellt so. um möglichst viel Platz noch wegzunehmen, also das will ich nicht verstehen, keine Ahnung. Dann hatten wir noch eine schöne Situation, so einen kleinen Jungen mit Flöte und so einem Notenständer und hat halt Flöte da gespielt, hatte so eine kleine Box stehen und es standen Leute halt in einem wirklich großen Bogen drumherum, weil es war eine normale Straße, dass dann Leute da auch noch weitergehen können. Und dann kommt so eine Tante, so eine richtige Tante, wo du wusstest, das ist eine richtige Tante, so eine Brille mit so einem Band, so wie so eine Sekretärin und die Haare so, naja, nicht so Marge Simpson mäßig, aber so ein bisschen, weißt du, hochgelockt, wie soll ich denn das beschreiben, so zusammengepappt, so nach oben. So, ja. So eine Föhnfrisur, ja. Ja, so was, ja. Da wusstest du schon von Weiden, okay, das ist eine Tante, das ist so eine richtige Mutti. Und die kam halt auch mit dem Kinderwagen und sie geht da lang und wir sind zufällig auch hinter ihr gerade gegangen und sie blieb dann natürlich auf einmal stehen und ich dann natürlich schon so auf 180 mal 10 und hat dann den Kinderwagen gedreht, genau vor ihm. Da standen Leute im Halbkreis, haben dem Jungen zugeguckt, ihm zugehört und sie bleibt genau vor ihm stehen, wo die Leute eigentlich lang gehen, dreht den Kinderwagen genau vor seinen Notenständer, dass keiner mehr ihn sehen kann und sagt, ach, ein kleiner Junge mit einer Flöte, das gucke ich mir ja gerne an. Und bleibt da stehen mit dem Kinderwagen. Ich dachte, was denn jetzt? Ja, geil. So, aber es konnte auch kein anderer mehr sie sehen, das war so unfassbar geisteskrank. Ich wollte noch gucken, ob da wirklich ein Kind in dem Kinderwagen sitzt oder irgendeine Puppe ohne Augen oder so, dass sie die komplette Psycho-Weihnachtsmarkt-Tante ist. Aber, naja, ey, was ist das auch für ein Satz? Da spielt der Junge da Flöte, sie stellt sich genau vor ihn, Alter, gaff den genau an. Oh, ein Junge mit einer Flöte, das gucke ich mir ja gerne an, weißt du, noch mit so einer verzerrten Lohnstimme. Sie redet halt wahrscheinlich mit sich selber, ne? Ja, genau. Oder mit dem imaginären Kind, was da im Einkaufswagen steht. Der Kinderwagen liegt. Alter, gib dir ja jetzt, kriegst du ein Kind und klaust einen Einkaufswagen als Kinderwagen einfach. Richtig smooth. Ja, den kannst du ja vorne reinsetzen so, ne? Ja, kostet ja auch nur einen Euro. Also, optimal einfach. Ja, 50 Cent. Hallo? 50 Cent, ja, stimmt. So, sind dann wieder Schnäppchen gemacht zur Weihnachtszeit. Ah, einwandfrei. Ne, also das war echt krank. Das war wirklich unglaublich krank. Äh, zu teuer, wie immer. Wie immer zu teuer. An jeder, du musst ja erstmal mittlerweile Auskunft schaffen, weil es hat ja auch jeder andere Tassen. Ne, die einen haben so schöne Adventstassen irgendwie noch, sehen so aus, als wären sie extra designend für diesen Zweck. Ja, schön weihnachtlich mit Fachwerkhäusern drauf und Schnee. Die Nächsten haben irgendwelche übelst hohen Glasbecher, wo du denkst, was ist hier Glühweinbong oder so. So hoch gehen die Dinger, Alter. Ja, also es ist dasselbe dringend, aber übelst hoch. Weiß ich nicht. Kannst dich dann mit kloppen, wenn du voll bist oder so. Und dann musst du ja erstmal drei Stunden über den Markt laufen und gucken, wo lohnt es jetzt hier preis-leistungsmäßig irgendwas. Um dann zu der Erkenntnis zu kommen, das ist nirgendwo der Fall. Aber zumindest kriegst du irgendwo eine Tasse, die man auch halten kann. Also preislich, äh, ne gefüllte Pizza hat gestern 5 Euro gekostet. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Same. Aber als ich das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt war, war die, äh, 3,50 oder 4 Euro so. Also es hat sich auf jeden Fall gesteigert. Das ist mir aufgefallen. Ja. Äh, und, äh, mein, 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 äh, Glühmet, was ich getrunken habe gestern, äh, hat 3 Euro gekostet plus 50 Cent Schnappes. Ui. Also 3,50. Okay. Für eine Tasse. Für eine normale Tasse. Keine blauchige oder große, langen, keine Ahnung. Also für eine normale Tasse. Ne, was, was mich überrascht hat, waren so die, ich sag mal wirklich Süßigkeiten, ne. Es gibt ja immer diese Stände hier mit diesen silbernen Schaufeln, wo du dann so kiloweise die Dinger in die Tüten hauen kannst und so. So, da haben wir mit Jairun ja auch eine, äh, Zuckerwatte geholt und das Ding war einfach größer als sie selber. Für 2 Euro. Ich dachte so, ich sag so, hier so eine Zuckerwatte, eine große. 2 Euro dachte ich so, echt? Nur 2 Euro. Ja, da dachte ich irgendwie, joa, 7,50 Euro bitte, ne, es ist Weihnachtsmarkt. Das fand ich noch human. Was finde ich auch immer geht, sind so gute alte Rostbratwurst oder so. Ja, das geht in der Regel auch noch. Aber, weiß ich nicht, also gerade Richtung Alkohol oder so eine gefüllten Teigtaschenpizza irgendwas, was ja dann auch ein Stück ist. Also, das ist ja ein halbes Pizzastück, so nach dem Motto. Das ist böse. Ich hab jetzt mal scheiße. Oha. Ich hab mir extra gestern Abend noch eine mitgebracht, jetzt hab ich die heute nicht gegessen. Fuck. Ich muss die jetzt gleich noch essen. Tritt nicht. Ja, oder mit dem Döner einfach. Machst du so klein, bröselst du drauf. Richtig nice, man. 5 Euro Dönerpimpin. Real talk, man. Real talk. Fette Sache, fette Sache. Heftig. Und ich weiß nicht, ob du es zum Beispiel auch kennst. Ich erzähle jetzt gefühlt jedes Jahr, wir hatten immer einen Stand, weil wir haben ja auch hier extrem viele Mittelalter-Märkte und so ein Shit. Und da erkennt man so seine Pappenheimer Stände, ne? So, die machen immer ihr Brot schön selber und die nehmen ihren Ofen mit und so ein Kram. Da hinten, der macht den Med und so weiter. Das ist so ein Opa mit Hut und Feder dran. Das ist jemand, von dem willst du auch Med kaufen. Und die waren dieses Jahr alle nicht da. So, ich hab immer geschwärmt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von diesem Brotstand, den ich eben angeschnitten habe. Das waren Pärchen, die waren immer auf Mittelalter-Märkten, auch voll das Outfit, Steinofen. Und haben immer so Kräuterfladen gemacht, so richtig schön mit Quark. Und 1,50 hat das gekostet. Das war ein warmer, frisch gemachter Fladen, Kräuterfladen, mit schönen Quarkcreme, ein bisschen Demüse oben drauf, richtig geil. Konntest du auch herzhaft nehmen. Aber für 1,50, das war egal aus welcher Richtung. Wir kamen aus dem Pub, aus dem Kino, aus dem sonst was. Und es war Weihnachtsmarkt, immer drüber für 1,50 konntest du das Ding immer mitnehmen. Also immer mitnehmen. Mega, das war so geil. Und jetzt sind die nicht mehr da. Vielleicht weil es zu günstig war. Ja, war. Warum verkaufen sie nichts mehr? Wir waren zu günstig. Okay, okay. Ciao. Ja, und stattdessen stehen jetzt da die Boys und Girls mit ihrer Pizza für 5 Euro. Das war richtig sad. Das, nee. Ich will meinen Kräuterfladen für 1,50 mal. Das, nee, das war so surreal. Weiß ich nicht. Sie waren immer da. Also es gibt sogar eine Facebook-Gruppe, die sich darüber beschwert oder fragt. Ja. Das war wirklich der Shit. Das war einfach der Shit. Weil die haben halt, ja, das ist jetzt zu krass. Aber während wir jetzt im Silicon Valley, würde ich sagen, diese Leute haben ein Lebensgefühl verkauft. Das war jetzt so das Pärchen, was da backt. Und schön vor deinen Augen alles in den Ofen und raus und frisch aufgeschnitten. Und Quark selber und was nicht alles. Ah, nee. Die waren authentisch, weißt du. Heutzutage bezahlt man ja auch für Authentizität irgendwo. Und die hatten nicht mal ein Schild dran mit so Handmade oder Regionalmehl oder so. Brauchten die gar nicht. Du hast den gesehen und wusstest, diesen Mann will ich einem Brot abkaufen. Ja, man muss halt immer gucken, ne. Du musst ja auch, die Leute müssen ja auch irgendwelche Gebühren bezahlen. Ja. Und vielleicht sind die Gebühren dieses Jahr zu teuer für diese Leute. Weil sie gesagt haben, okay, mein Produkt, das möchte ich für das und das Geld verkaufen. Ich will die Leute nicht abziehen und so eine Scheiße und so weiter und so fort. Ja. Mach ich das, kann ich die Gebühren nicht zahlen. Also müsste ich meine Preise erhöhen, um so und so viel. Und vielleicht wollten sie es einfach deswegen nicht mehr. Ja, krass. Wäre aber auch wieder authentisch, ne. Ja. Wir verarschen die Leute nicht. Gehen wir lieber bankrott. Das meinte ich ja gerade, als du das gesagt hast. Ja. Dass sie vielleicht deswegen auch nicht dieses Jahr da sind. Ja, krass. Ja, auf jeden Fall traurig. Hast du auch so einen Favoritenstand oder ist es komplett weg? Ne, Krizzle, der Gute, war gestern mit dabei. Und der hat sich gestern auch darüber aufgeregt, dass sein Bratwürstchenstand nicht mehr da war, den es damals gab. Aha, siehste. Und ja, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist nicht gut. Schade, hat er gesagt. Ne, die Stände, die alten Stände sind alle weg. Ja, alles, das Alte verkommt. Es wird alles neu. Das gefällt mir gar nicht. Die sollten dringend dem Norman seine Fische wiedergeben. Das nützt nichts. Ah, ne, das war nicht schön. Das hat mein Weihnachtsmarkterlebnis ein bisschen geschmälert. Also ganz im Gegensatz zu dem Regen in meine Fresse und dem viel zu vollen Markt. Es hat geregnet. Ja, es schneit irgendwie nicht. Bei uns war es zu warm. Oh, toll. Im Weihnachtsmarkt irgendwie gefühlt waren es acht, neun Draht. Ui, okay. Ich musste sogar meine Jacke ausziehen, weil wir zu warm waren. Junge. Kann auch vom Glühwein sein. Nach dem Zehnten, das wird ein bisschen wärmer. Aber was mir bei Glühwein auch auffällt, so umso weiter du gefühlt reingehst in diesen Markt, umso mehr versuchen, sich gegenseitig auszustechen. So nach dem Motto, hier will eh keiner noch meinen Glühwein. Ich habe jetzt noch Ingwer-Apfel-Tee mit Schuss oder ich habe hier Aprikosen, Mimosen, Ananas-Glühwein oder so. Ragen. Also, ja, also jetzt weiß ich nicht, ob genau der aber schon so zusammengemischt, ne. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber wieso machen, wann, sind das jetzt die neuen Innengetränke oder so? Ich weiß nicht, es scheint sich alles zu verändern. So die Brotbuden sind weg und demnächst kriegst du zu jedem Glühwein noch irgendwie ein Nagellack dazu oder so aus Marmelade. Es gab auch einen Weihnachts-Marmeladen-Stand. Und so, dann machst du normale Marmelade, machst du ein bisschen Zimt obendrauf, zack, sieben Euro. Ja, Alter, verkaufst du die schlechthin, Mann. Ich bin ja Freund von so einem Shit. Ich frühstücke, wenn ich mal frühstücke, dann fress ich ja auch gerne so tausend Marmeladen und so richtig Honig, so richtig klebriges, süßes Gedöns. So, guck dir Marmelade. Aber ich kaufe mir keine Marmelade für sieben bis zehn Euro, Alter. Da kann nach Weihnachten draufstehen. Ich wollte gerade sagen. Da kann der Weihnachtself seinen Sack reingelegt haben, Alter. Das macht es trotzdem nicht geil. Also, so oder so nicht. Auch preislich nicht, aber das ist nicht das beste Verkaufsargument. Aber meins ist es auf jeden Fall nicht. Naja, Weihnachtsmarkt. Aber Glühwein schmeckt. So, Träne wegwisch. Also, ich finde ja, ähm... Ja. Was? Was? Nein. Ich finde ja, mein Glühweinstand, den ich ja sonst immer genommen habe in Hameln, bin ich ja weg. Ich fand das gar nicht mal so schlecht mit diesem Honigzeug, Honigmed. Ne, ist das Med? Med ist Honig. Med ist Honigwein, ja. Genau. Das fand ich gar nicht mal so schlecht. Da gehe ich vielleicht mit ein, dass es... Die Veränderung war gut. Okay. Nur mal dazu so. Schön. Ja. Aber sonst, alles gut. Einwandfrei. Hast du, by the way, irgendein alkoholisches Getränk, was du gern mal trinken oder dich mit wegschießen würdest? Was du noch nicht hattest? Was ich noch nie hatte? Ja. Oh, Gottes Willen, nein, dann nicht. Dann nicht. Ey, ich würde zum Beispiel gern mal Sake trinken. Ich würde mich gern mal mit Sake wegböllern. So richtig mit so einer Schale. Bäm. Aber da wüsste ich aber nicht, wie ich reagiere, Alter. Eben, deswegen ja. Das könnte ich komplett, also... Ach so. Ja, natürlich, darum geht's ja. Zum Testen. Zum Testen, Alter. Gibt es was Schlimmeres als Mindestweinsuff, so nach dem Motto. Wenn ich mich in so eine Gummizelle stecke und dann literweise Sake in mich reinfülle, dann habe ich da kein Problem. So, musst du Kohlwilder basteln. Ne, dann ist okay. Auf einmal legst du dein Naruto-Störmband an, Junge, und springst irgendwie über den Dächer. Riecht gut. Geil, Otaku-Gaming, Alter. Nee, da bleibe ich lieber bei dem, was ich kenne. Ja, das ist immer das Ding, ne? Das ist wie bei McDonalds-Vergleich ja auch immer. Sag ich immer, boah, Bock hier auf so einen Weihnachtsaktionsburger oder so, aber letztendlich kotzt so ein Ding irgendwie 5,50 Euro und dann schmeckt es vielleicht nach Scheiße, ja? Und dann nehme ich doch wieder McRib, Big Mac, McChicken, was auch immer. So, und das ist bei allem so, keine Ahnung. Man hatte ja auch öfter mal Feiern, wo halt nicht alle nur Goldkrone trinken oder so, wo dann auch mal Kost ist, aber letztendlich trotzdem, weiß ich nicht, auf sein altes Pferd setzt. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Also, tja. Letztens ja auch auf der Feier war mit Ramazzotti und so weiter. Ja. Und, ja, nee, danke. Also, nee, brauche ich nicht. Ganz ehrlich, dann bleibe ich lieber bei Jägermeister zum Beispiel. So. Als kurzen, bam, ballert immer. Möchtest du noch deinen weihnachtlichen Jägermeister-Tipp loswerden? Jägermeister schmeckt sehr gut in Glühwein und in Kakao. Ah. Das schmeckt sehr, sehr weihnachtlich, Leute. Kranker Wichser, Alter. Nee. Doch. Ja, okay, hast du mich überzeugt. Oh, ich glaube, ich kriege gerade Besuch, Digga. Okay. So, Freunde, Bulias hatte eben Besuch von der Jägermeister-Stiftung, die ihn im Orden verliehen hat für geile Mischrezepte. Ja. Richtig gut. Ja, so sieht's aus, ja. Gibt's ein Jägermeister-Kochbuch? Äh, nee. Weil das ist ja nur auch so eine, das ist ja so eine Marke auch, ne? Also. Ja, ich weiß. Klar, klar ist das eine Marke, aber so nach dem Motto, Mensch, da kann man ja, weiß ich nicht, so viele tolle Sachen mitmachen. Ich weiß nicht, ob man mit Jägermeister viel kochen kann, dass man ein Buch damit vollbekommt. Aber es gibt bestimmt Rezepte, wo du so ein bisschen über so eine Gans rüberkippen kannst oder so. Ja, sowas. Ja, weil das ist ja jetzt nicht schwer, so. Du bist halt irgendein Rezept und kippst ein bisschen Jägermeister ran. Geil. So, hier ist Omas Gänsebraten mit Jägermeister. Oh, das ist interessant, ja. Das ist, es mundet. Es mundet. Schön, Freunde, das zu, was war eigentlich das, macht Weihnachtsmaß? Es ist wieder passiert, ja. Ich habe aber keine Bude mit Jägermeister irgendwo gesehen bei mir. Ja. So. Gut, ich suche das ja auch nicht. Bei euch ist das ja auch noch ein bisschen so, die kommen noch ins neue Jahrzehnt noch rein. Ach so, ist so ein Ossi-Ding, meinst du? Ja, ja. Die sind alle Hirsche geschlachtet worden zur Hungersnot und können jetzt keinen Schnaps mehr machen. Ja, Freunde, da ich hier beleidigt werde, gehen wir mal zum nächsten Thema über. Berufsquest, ja, es ist mir jetzt, da wir dieses Wochenende ja nicht so viel gespielt haben und man demnach einloggen konnte und mal wieder alle Weltquests dieser Welt hatte, ja. Ich war halt wieder nur am Kohle machen, so. Du hast gestreamt und nebenbei dann mal nach Voldun eben Platinerz holen, dann wieder rüber Eid gebundenen Gedöns, Inkultiras, Drustwar, Sturmsanktal, hier Sirenenpollen, da oben Sturmsilbererz und boah, ey, bin momentan nur am Ruten drehen. Und im Endeffekt stelle ich mir immer die Frage, ob das wirklich Sinn hat, weil du bist ja wirklich, wenn das in allen Ecken dieser Welt ist, so eine Quest, bist du ja doch auch gute 10 Minuten bis Viertelstunde, wenn es blöd läuft, unterwegs. Weiß ich gar nicht, meinst du, es ist so, dass die Ausbeute dann höher ist, wenn du diese Quest mitnimmst? Oder würdest du meinen, dass wenn du diese 10 Minuten, Viertelstunde einfach normal farmst, dass du mehr von hast? Es sei denn, es ist jetzt Ankerkraut. Und das ist nur, das Problem ist ja, in solchen Berechnungen ist leider der Glücksfaktor zu viel zu groß. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt zum Erz hingehst und davon ein Erz bekommst, oder zwei, ist so eine Quest, wo du, ich sag mal so, ich fang mal anders an, die Quest, die World Quest, beinhaltet, dass du 20 Erze bekommst, musst aber 10 Erze abbauen zum Beispiel, ist ja bei den Pflanzenquests meistens so. Aha. So, dann kriegst du insgesamt 20 Stück raus. In dieser Zeit könntest du aber nur 5 Pflanzen einsammeln und bekommst aus jeder Pflanze 6 ohne diese Quest. Ja. Und du hast natürlich mehr, dann hätte es dich natürlich gelohnt, weil es der Glücksfaktor besser war, als bei der World Quest. Richtig. Ansonsten, wenn du gar keinen Bock hast, etwas zu farmen und sagst, okay, dann geh ich mal kurz dahin, hol mir das Zeug ab, dann ist es einfacher oder, ich sag mal, angenehmer, dieses zu machen, als 5 Stunden rumzulaufen, so die Ankerkrautfarm und bekommst einfach nur 2 oder so, oder 12. Ja. So, um den Dreh, da kannst du zwei Fläschchen herstellen und fertig ist. Ja, es ist, in Anbetracht dessen ist es halt für den Farmer an sich eine nice Ergänzung und für so faule Hunde wie mich zumindest einen Ausgleich. Ja, oder gemessen an der Char-Dichte, die ich dann habe, halt, keine Ahnung, habe ich an einem Tag meine 200 Platinerz voll, nur durch da einmal hinfliegen. So, und dann mache ich auch mein Cash. Ja, das ist, ja, aber hast du recht, das ist natürlich so ein Glücksfaktor, wo ich immer froh bin, dass ich keine komischen Farm-Videos mache, so heftig. Ey, die Kommentare da, weißt du, dann machst du so ein Video dazu und sagst, ja, hier und da beispielsweise 5 Erz, da 6 Erz, da war noch ein Flöß, da habe ich 13 Erz draus bekommen, dann schreibt einer, ich habe da gar nicht 13 bekommen, Dislike. Und so denkst, deine Mutter, so was. Oh Gott, das will. Ich brauche deine Mutter ab, Mann. Die Leute sollen sich mal benehmen. Oder, die Leute sollen sich echt mal benehmen. Nee, manchmal wirklich gucke ich so in die Kommentarsektion von geschätzten WoW-Content-Creator-Kollegen, das sind immer Wörter, geil, und denke mir so, ja, manchmal ist es doch ganz schön, dass du zumindest bei den meisten Sachen so eine Lore-Fakten-Lage hast. Wobei ich auch Kommentare bekomme unter meinem Video, wie Nachtelfen aus Trollen entstanden sind, wo einer meint, das ist so eine Horden-Propaganda, wo ich ihm den Artikel dann verlinkt habe und er immer noch nicht geglaubt hat, dass das von Blizzard ist. Was? Horden-Propaganda? Ja, das ist Horden-Propaganda. Ach du Scheiße. Ja, geil. Es ist sehr mystisch teilweise, ich kann es nur immer wieder sagen. Alter, ja, Leute, benehmt euch mal. Es war nicht Elbmacht. Es war nicht Elbmacht. Okay. Ja, sehr gut. Grüße gehen raus. Oh Mann. Schön, liebe Leute. Wir haben noch eine, ja, Russen-Story, kann man das so sagen. Ist ja auch was Weihnachtliches eigentlich. Oh. Okay, also ich verbinde mit Weihnachten auch früher zum Beispiel bei Oma noch die schönen alten knisternden Kassetten hier mit diesen ganzen russischen Weihnachtsmärchen. Ihr Hexe Baba Yaga und Hörsch mit dem goldenen Geweih und Väterchen Frost und so was. Kennst gar nicht, oder? Nee. Gut, das Gespräch hat nicht stattgefunden. Das kann vielleicht bei euch halt so sein. Ja, komm, komm, Alter. Nein, also wenn du so, nein. Deine Mutter. Nein, wenn, dann müssen wir Anni dazu holen, weil Anni kennt sich mit all solchen Geschichten und das hört sie auch gerne, so ältere Sachen und sowas. Ja, so, ist auch schön. Ja, ja, ist schön. Ist schön. Super, aber du hattest eine Geschichte der Neuzeit, so. Glaube ich. Ich hole mal aus. Ja. Weil du die ganze Geschichte im Stream nicht... Was? Was? Okay, danke. Danke, Crash. Weil du die ja nicht im Stream gehört hast. Ja. Zu Legion war es so, zu Legion damals, zu den Zeiten, als ein Key, wenn du ihn nicht geschafft hast, ähm, depleted ist und du den nicht mehr weitermachen konntest, außer, äh, du beendest das und hast aber keinen neuen gekriegt. Mhm. Oder konntest den halt auch wegschmeißen, sozusagen. War es teilweise die Regel, nee, nicht die Regel, äh, teilweise, sondern es war eigentlich so gut bei mir wie 100%, dass wenn ich einen Russen eingeladen hatte und dem das nicht so gepasst hat, wie wir den Key gemacht haben, wie er es gerne möchte, ist er einfach rausgegangen. Nice. Und da habe ich mir gesagt, so, ich nehme mir keine Leute mehr mit, äh, aus, von Russen Servern und so weiter und so fort. Ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Aber wie es halt so ist, nach einer gewissen Zeit, wenn man Sachen vergisst, macht man alte Fehler. Ja. Und dachte mir so, ach, da ist ein Russe, Mensch, der hat, äh, Raider EU-Score von, was, ich glaube, der hatte nicht viel, irgendwie was, um die 400, ist okay. Da habe ich geguckt, äh, ob er diesen Dungeon schon mal gemacht hat, top, konnte er, super eingeladen, alles klar, mitgenommen. Und, äh, er hat auch die ganze Zeit Stress gemacht, immer go, 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 go im Chat reingeschrieben. Und, äh, wir waren schreiende Sturms und als wir an den Punkt gekommen sind, wo wir die Brücke skippen konnten mit den Tentakeln, äh, gegeneinander drauf. Wie wir? Äh, ist einfach, äh, gegangen. Ist einfach wieder rausgegangen. Ich so, nein, nicht schon wieder. Wieso? Wie so? Ah, nee. Es hat sich wieder gezeigt, dass ich keine Russen mehr einladen werde. Es ist für vorbei. Sobald sich einer anmeldet, es tut mir sehr leid. Ja. Aber es hat wieder bewiesen, dass es, es geht nicht. Es geht leider nicht. Es gibt auch natürlich Leute, die vernünftig spielen und hast du nicht gesehen. Nein, keine Frage. Aber, wieso, also bei mir ist es halt leider Gottes immer so und jetzt wird es auch nie wieder so sein, weil ich keine mehr mitnehmen werde. Wir haben dann zu viert den Key gemacht. Wir hätten diesen Key zu 100% in Time geschafft. Wow. Äh, weil die Bosse haben wir dann auch zu viert gelegt und so eine Kacke. Wir mussten ja nur noch skippen und dann, du kennst ja, ne, den Typen da mit seinen Kugelchen und dann, äh, den Endboss. Das war Pipifax. Ja. Aber, naja. Wir haben dazu eine Zuschauerfrage und zwar habt ihr vom vorletzten Bossen, die Tentakeln bei dir gemacht, die Gruppen? Ich glaube, aber man muss sie ja nicht machen. Ja, man muss das nicht tun. Das ist absolut richtig, ja. Dankeschön für diese Zuschauerfrage. Ohne Witz, wir hatten, halt, stopp. Ihr hört ja alle zu. Ihr hört ja alle zu. In dem Video, was Craft gezeigt hat, in dem Dungeon, wo wir waren, war, äh, wie heißt das, wenn mehrere Gegner, ähm, wimmelnd, wir hatten wimmelnd, den Affix wimmelnd. Und wenn man diesen Affix nicht hat, braucht man auch diese zweite Gruppe nicht machen, weil man genug, äh, Muränen, die da im Wasser rumlungern vom Endboss hat, um das zu machen. So. Grüße, Muränen-Willi an dieser Stelle. Muränen-Willi, bester Mann. Ja, ähm, Peguar hört gerade natural von Drachen vorstellen. Ah. Ja. Ähm. Wo siehst du das schon wieder? Ja, man kann in, man kann sein Spotify mit, äh, Discord verbinden. Dann steht da immer, hört Spotify, dann guck ich mal, was die Leute gerade hören. Ich weiß nicht, ob die das wissen oder wollen, aber ich kenne, glaube ich, von dir, die Musikgeschmack gerade. Bitte. Wieso erzählst du sowas, wenn ich gerade mal schlüpfe? Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt erzähle. Ja, ähm, das ist, bei den Russen ist ja auch immer so ein Problem, dieser Kommunikationsfaktor ist halt manchmal einfach nicht da, ne? Ich glaube, manche liefen da auch, weil sie einfach auch nicht wissen, was sie schreiben sollen. Oder selbst wenn sie weg müssen, ist in dem Fall jetzt sicherlich nicht so, weil ihr Opa irgendwie einen Herzinfarkt bekommt oder so, dann kann das vermutlich auch nicht schreiben, ne? Er kann vermutlich auf Englisch oder mit, noch nicht, weiß ich nicht, Russentastatur, so, hi, go, go, some please, oder eins, zwei, drei und so, das hält sich ja, glaube ich, doch schon in Grenzen. Also auch nicht bei allen, aber so der klassische Russ-Weday-Random-Gruppe-Join, man kennt ihn halt, ne? Das ist ja so ein festes, stereotypisches Profil auch. Du brauchst das jetzt wieder nicht vernünftig reden hier so, ne? Nee, ist vorbei. Das war's einfach. Ja, das war's. Ja, ja, na ja. Also ich kenne das aus meiner MOBA-Zeit von League of Legends, kenne ich das noch, da war es dasselbe mit Franzosen und Spaniern. Sobald du so einen in der Gruppe hattest, wusstest du, du hast verloren. Weil die Typen, weiß ich nicht, das war, also das ist auch so eine persönliche Erfahrung. Jetzt kommen natürlich, logischerweise zum Glück, jetzt kommen tausend Leute um die Ecke und sagen, oh, das war bei mir anders, bei mir waren es nur wir Kack-Deutschen, mit denen ich immer verloren habe oder was weiß ich. Aber auch sobald du im Chat sowas stehen hattest, so, die Spanier lachen ja nicht irgendwie haha oder lol, die schreiben ja so ja, 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 ne? So ha, ha, ha oder was weiß ich, was das sein soll. Und sobald du im Chat stehen hattest, nach einer dummen Aktion, so mit Caps, ja, 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 wusstest du, es ist ein zwölfjähriges spanisches Kitty, hast es verloren. Ja, das ist, das war es einfach. Und dasselbe auch mit den Franzosen. Das war, ein Kumpel von mir ist dann mal so eskaliert, als wir zwei bis drei Franzosen Premails geschrieben haben, die dann auch natürlich spammen und nicht Englisch schreiben, weil es so blöd sind, einen Voice-Chat zu benutzen, das ist auch immer ganz toll bei solchen Sachen. Wenn man dann im Team-Chat auch noch Sprache schreibt, die die anderen direkt grundsätzlich ausschließt, finde ich immer ein großartiger Move und hat mein Kumpel dann auch neu geschrieben, nachdem die komplett verkackt haben und da rumgelacht haben, hat er auch noch geschrieben, es kann nicht sein, dass euer Kack folglich ein Game hier gewinnen kann. Ja, und irgendwie war er dann gebannt, aber es ging auch noch ein bisschen weiter in dieser Richtung. Und also da hatten wir das auch so quasi mit einem, ja, mit einem, weiß ich nicht, einer Gruppierung von Gamern, die waren nur von ihrer besten Seite kennengelernt. Also ich kenne das auch, dass man echt so einen, weiß ich nicht, stereotypischen Ansichtspunkt da irgendwie aufgebaut bekommt, der manchmal einfach nicht besser wird. Das ist auch bis zu meiner Zeit, bis ich heute gar keinen Lois mehr spiele, ist das nicht besser geworden. Ja, das war immer so. Das Problem hatten wir jetzt, also nichts jetzt gegen den Server, aber als Beispiel hatten wir das zum Beispiel in WOD damals mit Frostwölflern. Ah, ja. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, hast es noch nicht verdrängt und wusstest dir Farbklebkse beim Zwiebelungen ankommen. Es war schlimm. Es war schlimm. Wir hatten Frostwölfler dabei und jedes Mal wieder haben sie es einfach voll verkackt auf der sozialen Ebene bei uns. Auch. Also, auch. Spielerisch auch. Das haben wir ja gesehen mit dem, ähm, Totauge, ne? Alter, ja, Kirog, genau. Kirog. Alter. Wie in der Typ dann immer rumgelaufen. Um den Boss, anstatt wegzulaufen, um das Blut weit wegzukriegen, ist er einfach schön um den Boss immer rumgelaufen. Das habe ich aufgenommen und ein Lied gesungen dazu. So mad. Ich habe ein Lied gesungen darüber. Das war noch ein Next Level Madness. Also, wer es nicht kennt, vielleicht als letzte Anekdote in dieser Richtung, Kirog war halt ein Boss. Da war man relativ melee-freundlich in der Range aufgestellt und ab und zu hat er einen Dolch auf einen geworfen, so. Und dieser Dolch musste möglichst weit rausgetragen werden, sprich du warst markiert, der Boss wirft in deine Richtung und es darf auch nichts außer dir in dieser Richtung stehen, weil der Dolch quasi das erst getroffene Ziel berührt und dann Blub spawnt, erreicht der Blub den Boss, wird er geheilt, ne? Also, der, der markiert ist, freie Bahn auf den, möglichst weit raus und dann Blub wecker. So. Und die Typen haben das, obwohl ich es aufgenommen habe, obwohl alle es gesehen haben, haben die es immer wieder nicht hinbekommen, dass wenn der Boss sich umgedreht hat und diese Dolchwurf-Animation gemacht hat, der hat ja sogar einen roten Pfeil gehabt, ne? Der hat ja sogar einen roten Pfeil, damit man sieht, so, da wirft er jetzt den Dolch auf das weit entfernteste Ziel, da sollte ich nicht dazwischen stehen, standen die dazwischen und haben zwei-, dreimal hintereinander die Gruppe gewiped und haben darauf bestanden, dass das nicht ihr Fehler war, haben noch sowas geschrieben wie, als ob ich denselben Fehler zweimal mache. Ja, ja. Ne, ich möchte schon wieder singen eigentlich, also. Geil. Schön mal. Also, wer dazu was sehen will, die Playlist ist bestimmt mittlerweile nicht gelistet, aber wenn er Crafts Army, weiß ich nicht, Kirok, Frostwolf oder irgend sowas eingebt, dann findet er das Video bestimmt dazu, aber am besten ihr lasst es. Am besten ihr lasst es. Ach, nee. Es ist auch manchmal alles nicht schön. Ne. Es ist auch manchmal alles nicht schön, aber es wird ja besser. Wir haben jetzt ja Dezember, wir haben die Vorweihnachtszeit, das Jahr schon wieder fast rum, ne? Ja. Äh. Ging schnell. Krank. So, gestern sei immer, ja, gestern haben wir im Streamer darüber gesprochen, wie wir unsere schwitzenden Gamer-Arsche von unseren Stühlen fernhalten. Und jetzt sowas. Also, krass. Das ist ja meine Lieblingsjahreszeit, ne? Ja, ich liebe die auch. Wenn es kalt wird und so. Keine Zecken, keine Mücken. Es ist einfach kalt, ja, man kann es warm machen, so wie Nudeln kannst du warm machen, kannst du kalt machen. Das kommt mal echt. Winter ist wie Nudeln. So, das ist das Schlusswort. Es sei denn, du hast noch ein besseres, dann gerne. Ich bin dabei. Ich bin auch Uwe und ich bin auch dabei. Das ist sehr, sehr schön. Liebe Leute, dann sind wir wieder am Ende der WIO-Woche heute mit diversen, vielen RL-Einflussnahmen. War noch Ingame, jetzt was die Tage, waren ja echt gar nicht da eigentlich. Nö, nicht wirklich großartig. Gilde war wieder voll. Ich musste gestern erstmal wieder zehn Leute kicken, weil wir wieder auf tausend waren. Ich hatte eine Begegnung beim PvP-Bereich oder beziehungsweise beim Leveln. Doch, pass auf. Beim Leveln. Ja, eine kleine, kleine Geschichte. Oha. Ich hoffe, der Typ hört das und ist sehr traurig darüber, dass er dieses getätigt hat. Miese Sau. Ich habe mit meinem Paladin gelevelt, meinen Alipala. Und den habe ich natürlich auch warm und an, damit ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriege und so weiter und so fort. Und ich habe im nördlichen Schlingdorn-Tal gequestet. Bei der Nessing-Verry, ähm, wie heißt das Ding? Nessing-Verrys Expedition. Ja. So. Und, ähm, hab da ein paar Viecher gekillt, die ringsherum um dein Lager waren und auf einmal kam halt ein Hordler. Dieser Hordler hat mich sofort angegriffen. Äh, so. Und dann dachte ich mir so, nee, fick dich, du bist zehn Stufen über mir, lass mich. Ich geh einfach ins Lager. Ja, das sind neutrale Leute, also die Nessing-Verry, äh, sind neutral gehalten. Das heißt, wenn du jemanden angreifst, greifen sie dich an. Okay. Ne? Und er chargt mich an, ich laufe ins Lager, hittet mich und die Leute sind Level 120 und haben ihn dann getötet dafür. Sehr gut. Komplett umgehauen. Ich, ich dann, okay, vielleicht hat das jetzt begriffen, dass ich keinen Bock darauf habe. Geh wieder raus, er greift wieder an, ich brauche wieder rein. Er stirbt. Wow. So. Okay. Denke ich mir so, Mann, lass es doch einfach. Lass dich doch einfach hier questen. PvP. So, was macht er als nächstes? Er wartet, dass ich den Mob angreife und stellt sich in den Mob rein. Wow. Und wartet darauf, dass ich ihn anhitte. Und die Mobs waren aber in der Nähe vom Lager. Das bedeutet, hätte ich jetzt weiterhin eine Attacke gemacht, hätten die mich angeschossen. Genau so ist es passiert. Und das Ding ging über eine halbe Stunde. Was ist denn das? Es ging einfach über eine halbe Stunde, wo er sich in die Mobs rein stellt und hast nicht gesehen. Habe ein Ticket aufgemacht und gleichzeitig hat sich dann auch ein Blizzard-Mitarbeiter gemeldet. Ui. Und hat mir dann erklärt, dass wenn ich PvP aktiv habe, dass ich sofort angegriffen werden kann. Oh, das ist eine gute Info. Und hat dann auch gesagt so, ja, wenn du das ausschaltest, also auf Passiv, dann werde ich halt nicht sofort angegriffen. Ah. Da habe ich gefragt, was ist denn mit Warboat? Ich habe doch Warboat an, dann kann ich doch jederzeit angegriffen werden, oder nicht? Ja. Weißt du das? Ja. Oder nicht? Hä? Sag ich doch. Ja. Und keine Ahnung, was da jetzt los war und so. Jetzt hast du mich auch gefragt. Er meinte, ja, und dann hat er gesagt so, ja, Warboat habe ich auch immer aus. Ich sage, ja, das ist doch gar nicht die Lösung jetzt gerade. Kriegen ist immer eine Lösung. Ich will, dass dieser Vollidiot einen auf den Deckel kriegt, dass er mich behindert hat, am Quest zu stehen. Ja, das stimmt. So. Tricky. Aber, naja, kam nicht weiter bei dem. Habe ich es auch sein lassen. Manche Leute fahren halt einfach Fahrrad ohne Sattel. Das ist einfach ekelhaft, Mann. Dann müssen sie es wieder drin auslassen. Aber eigentlich ist das Questbehinderung. Ich meine, ich wurde damals verwarnt, weil ich diese Hühner in Westfall getötet habe, weil er mehr diese Hühnerquests machen wollte, wo du so 50 Mal Slash Huhn spammen musst, damit du dem dann Futter bringst und das dann so ein Eier auskackt, wo das Pet drin ist. Sie ist Westfall Huhn. Genau, ja. Da wurde ich verwarnt, weil ich die Hühner töte. So. Und dir wird gesagt, ja, PvP. Äh. Ja, cool. Weiß ich nicht, hat mich aufgeregt, dieser Vollidiot. Ja, also es gibt tatsächlich immer noch irgendwie, du kannst ja, wenn du Warmode aus hast, kannst du immer noch extra PvP anmachen und dich dann, glaube ich, auch immer noch kloppen. Aber wenn du Warmode anhast, ist doch völlig egal. Ja, ist das doch an oder nicht? Ja, das ist ja dann gehoppt. Oder kann ich das ausstellen? Und wenn, wo kann ich das ausstellen? Ja, aber, nee. Ich glaube nämlich, Spieler gegen Spieler kann nur in Sturmen aktiviert und deaktiviert werden. Also, das war, das war ein Hinweis von früher, früher konntest du das aktivieren und deaktivieren. So, anders kenne ich das nicht. Ja, Freunde, schöne Geschichte zum Ende. Alle sind jetzt verwirrt und das gehört auch zum Leben. Verwirrung ist auch das halbe Leben, sagt man immer so schön. Hat, glaube ich, der Sonnenkönig damals gesagt, ne? Okay. Verwirrung ist das halbe Leben und dann hat er sich in einen Dackel gestellt bei der Jagd. Liebe Leute, wir, wir hören uns, ja, wir hören uns dann in der nächsten Video-Woche, wenn ihr wollt. Und, ja, hoffen, ihr hattet dann ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, wann immer ihr das hört, ne? Werdet nicht krank. Es ist, es ist auch Grippe, es ist alles. Grippe-Zeit, Erkältungszeit, Weihnachtszeit, das ist, kann kein Zufall sein. Das endet alles auf Zeit. Pumpt euch mit Chemie voll, dann passt das. So, pumpt euch mit Chemie voll, Freunde. Schlusssatz von uns. Wir sehen und hören uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau's. Macht's gut.